Ja, was ist das heute wieder für ein geiler Scheiß! Was ist das großartig heute! Hier in Otterdorf auf die Wiesen! 30 Knoten und völlig spiegelblatt! Großartig! Hey Leute! Erik! Was hast du mit den Fische verloren? Da ist der See! Der Wahnsinn! Mit Hagel und alles! Und wie ihr seht, Erik ist voll am Kämpfen hier! Also der reinste Wahnsinn! Ja, Erik, ich hab dich gehört, du bist total happy, dass du gestanden hast! Supergeil! Schnell der Wahnsinn! Hier geht voll die Passe auf! Schnell der Wahnsinn! Hier geht voll die Passe auf! Schnell der Wahnsinn! Ja, die Hagelkörner sind unter 10 Zentimeter! Ja, die Hagelkörner sind unter 10 Zentimeter! Noch einer! Ja! 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 Ja!